Am Sonntag um 22.30 Uhr sehen Sie eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RTV 2. Im Angebot haben wir folgende Themen. Wenn sich Redaktionen über Grenzen hinweg verbinden, Besuch des Funkforums bei RTV. Poesie im Fokus, der zweite Rezitationswettbewerb, Derewe in Novisat. Festliche Atmosphäre in Sombor, ein Bummel durch den Weihnachtsmarkt. Zusammenarbeit für den Erhalt der Gemeinschaft, Treffen der deutschen Vereine in Kikinder, Klangvielfalt unter der RTV Uhr, ein Konzertzyklus der Generationen verbindet. Das und noch mehr sehen Sie am Sonntag um 22.30 Uhr auf RTV 2.